Ah. Ja, sie steht da echt nicht so drauf. Verdammt, das ist aber jetzt erstaunlich einfach. Sonst ist das Ganze hier wesentlich schwerer. Ah. Und ich weiß... Ich weiß, dass ich diesem Spiel nicht trauen kann. Diesem Spiel kann man einfach nicht trauen. Ich werde jetzt auch jedenfalls hier diese Munition, die hier liegt, mitnehmen. So gut ich das kann. Mhm. Noch ein Knicklicht. So. Hier nochmal... Na, hier nochmal voll machen. Schwupp. Und... Ähm... Sie hatte die andere, ja. So. Und die Munition kann ich auch kurz hier nochmal reinfüllen. Oder wie war das mit Eis? Hat der? Na gut, hätte ich vielleicht ihm lieber doch geben sollen. Na egal. Hm. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Die können wir zwar nicht direkt gebrauchen. Die müssen wir auf jeden Fall evtl. Die müssen wir auf jeden Fall evtl. Die müssen wir auf jeden Fall evtl. Das wünsche ich jetzt nicht alle. Nachdem ich gesagt habe, dass das hier eine der schwersten Einsätze im gesamten Spiel ist. Satt und Spiel. Ich habe nichts gesagt. Es ist einer der schwersten Einsätze. Und er ist schwer genug. Es muss nicht schwerer werden. So. Langsam hier entlang schleichen. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier in die Ecke. Okay. Sehen wir mal auf die Viecher treffen. Echt? Okay, ich will jetzt mal gucken, ob das Zeug funktioniert. Ich werde mich... Erstmal in Position bringen. Bevor ich anfange zu schießen. Okay, es funktioniert nicht. Das hat nicht gesehen. Das hat nicht gesehen. Und es funktioniert überhaupt nicht. Beziehungsweise jetzt hat es nicht funktioniert. Ready? Und hier sehen wir auch schon die prominentste Attacke dieser Viecher. Sie spucken mit diesem Säuregas, was Rüstung... Okay, das haben wir ja schon gesehen, was Rüstung kaputt macht. Und, ähm... ...des Weiteren in der Lage ist, die Leute zu mehr Blinden zu bringen. Was auch nicht so toll ist. So. Die Nächsten. Seinen Nahkämpfer. Gut. Zwar ein Feld zu weit gelaufen, aber... ...für einen Schuss reicht es. Scheinen auch noch ein paar mehr zu sein diesmal. Aber wir haben hier, glaube ich, eine ganz gute Position. Uhuhuhu. Uhuhu. Okay, langsam wird es... ...wird es echt doof. Macht sie so wenig. Erstmal hier schauen. Grunty. Sehr gut. Nummer eins. Super. Kann den da hinten sehen. Eis kann den da hinten sehen. Ready? Noch einen. Puh, und, ähm... Eis muss ich jetzt um den da hinten kümmern. Oh, und es klappt. Unglaublich. Fähre die Nächste. Nicht spucken, nicht spucken. Ah, sehr gut. Jetzt kommt er sowieso nicht dazu. Es frisst so viel, äh... ...Ausdauerpunkte. Wenn man sowas macht. Ja. Das sah mal richtig gefährlich aus. Zack. Erledigt. Der bevorzugt natürlich mit Draven und Raider eigentlich schießen. Ist ein ganz einfaches Grund, weil... ...die Munition, die die beiden dabei haben... ...die ist, von der ich am meisten Munitionen dabei habe. Das, was Eis dabei hat, ist, äh, sagen wir mal, eher wertvoll. Schwupp. Ja, es lief aber wirklich erstaunlich gut. Hier kommt noch eine. Ich glaube, jetzt... ...kommt noch ein Sektor. Und dann geht's nach unten und dann zwei Sektoren. Also, ähm... ...allein von der Anzahl der Sektoren haben wir die Hilfe geschafft. Aber ich glaube, nicht von der Anzahl der Viecher. Höchstens ein Viertel. Außer dieses Spiel wirkt mich wirklich verarschen und... ... mir jetzt nichts entgegenbringen und... ...das Ganze für euch langweilig machen. Was ich nicht hoffe, dass es das tut. So, ich gucke hier auf jeden Fall überall noch mal. Hab hier vielleicht irgendwas Cooles rumlicht, was ich haben will. Hier oben vielleicht? Nee, schaut nicht. Ähm, hier hin dann. Gleich noch kurz schauen, was es sonst noch hier an interessanten Sachen gibt, die man aufnehmen könnte. Das hier. Die Knicklichter. Den da. Ich kann Grunty den da mitgeben, eigentlich. So. Ähm, sonst brauchen wir, glaube ich, nichts. Die Hose, nee. Das ist eher nutzlos. Weil jeder hat eine. Ach, vielleicht sollte ich diese Dinge Dungazoids nennen. Es scheint, glaube ich, echt nicht so angenehm zu riechen, wo die sich gerade aufhalten. Naja. Okay. Zum Glück gibt es Smallowvision auch noch nicht für Computerspiele. So. Es läuft bis jetzt ganz gut. Aber ich glaube, je tiefer wir in das Nest der Viecher kommen, es wird auf jeden Fall nicht besser. So. Runter. Ich weiß nicht, dass er mit Shrimps hat. So. Weiter geht's. Ah, entdeckt. Scheint diesmal auch nicht so viele zu sein. Ah. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Genau sowas habe ich befürchtet, dass sowas passiert. So. Giftgas. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal global auf Gasmasken wechseln. Okay. Weil die Viecher jetzt mit dem Scheiß anfangen. Bereit. Ja. Nur damit wir dann nicht komplett dumm dastehen, werde ich mal mit den Späßen anfangen. Oh Gott, das ist eine andere Sache. Ja? Okay, sie kann es sehen, die man, dass sie nicht treffen wird. Sie hockt nicht in der Säure, glaube ich. Nee. Aber Raven tut das. Da werden wir aber gleich noch was gegen machen. Und er gibt ihm den Rest. Verdammt. Komm schon. Oh. Das kann es doch nicht sein. Gut. Oh oh. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. 00ver directions. Gut.